Hallo Freunde der bunten Kleine. Dämmbausteine und Willkommen in Bad Zwischennahen. Hier fand nämlich an diesem Wochenende bereits zum fünften Mal die Bricks am Meer Lego Fan Ausstellung statt. Doch dieses Mal durften wir hier nicht nur zu Gast sein, sondern waren einen ganzen Tag als Aussteller mit von der Partie. An dieser Stelle auch noch einmal ein herzliches Dankeschön an das ganze Bricks am Meer Team, die netten Gespräche mit den Ausstellern und natürlich auch mit den vielen Besuchern in der Wandelhalle. Und für alle die, die nicht vor Ort sein konnten, haben wir hier ein paar bewegte Bilder eingefangen. Und für alle die, die nicht vor Ort sein konnten, haben wir hier ein paar bewegte Bilder eingefangen. Und für alle die, die nicht vor Ort sein konnten, haben wir hier ein paar bewegte Bilder eingefangen. Und für alle die, die nicht vor Ort sein konnten, haben wir hier ein paar bewegte Bilder gefolgt. Und für alle die, die nicht vor Ort sein können, haben wir hier ein paar bewegte Bilder eingefangen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020